Bitte sei doch so lieb und abonniere unseren Kanal und lass ein Like mit da. Vielen lieben Dank dafür. Finde die Fehler, die in den Bildern versteckt sind. Es gibt insgesamt 5 Bilder Rätsel. Du hast 90 Sekunden Zeit, um die Fehler zu finden. Also lass uns anfangen mit dem ersten Bilder Rätsel. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Viel Spaß. Lass uns nachsehen, ob du alle 3 Fehler gefunden hast. Na, das war doch nicht zu schwer, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lass uns nachsehen, ob du alle drei Fehler gefunden hast. Absolut super von dir! Du hast alle Fehler gefunden. Bald kommt ein neues Video, an dem du dein Rätseltalent erneut testen kannst. Vielen Dank! Vielen Dank!